Okay. Ha. Sagt mir, was seht ihr? Ich habe in eure Träume geblickt. Dass wir den Centaurus im Albtraum verloren haben, ist ein furchtbarer Schlag für uns alle. Mein Forenswold mag gerechtfertigt sein, aber sein Hass auf Centaurus schwellt seit Jahrhunderten. Ich fürchte, dass jemand seine Blutflut gegen ihn selbst richten wird. Möge Liden uns auf der Suche nach ihm leiten. Auf das wir heute nicht noch einen weiteren Freund bedauern müssen. Betrauen müssen. Irgendwas ist jemand da, ne? Nein, ähm. Gemeinsam werden wir bestehen. Ich bin bereit, Hisera. Suchen wir nach Malfurion. In jedem Traum lauert ein Albtraum. Malfurion ist von Zorn geblendet. Eine lange, düstere Vergangenheit verbindet ihn mit Xavius. Selbst er kann sich Xavius nicht allein stellen. Wir müssen ihn finden. Die Zeit drängt. Die Zeit drängt. Ich spüre die Anwesenheit einer dunklen Nacht hier, aber es ist nicht Xavius. Es fühlt sich viel zu vertraut an. Es ist die Nähe eines Druidens, der vom Schatten des Xavius verdappt wurde. Wir müssen uns zur Bedrohung stellen, wenn wir Xavius finden wollen. Ich werde die Lüfte aufsteigen und euch von oben unterstützen. Fühlt den verdappten Druid und macht seinen bösartigen, pervertierten Plan ein Ende. Die Lüfte rufen nach mir. Lasst euch von meiner Macht durchströmen. Xavius werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Ich werde den Albtraum auf jeden Berg und in jedes Tal tragen. Der Albtraum wird euch alle verschlingen. Erhebt euch. Der Albtraum wird euch alle verschlingen. Mein Leben für Xavius. Ich weiß nicht was. Xavius muss ja richtiger Banger sein damit. Mein Leben für Xavius. Düsterholz hat sich in eine nahe Höhle geflüchtet. Folgt ihm und setzt ihm ein Ende. Nichts kann Xavius Macht standhalten. Nur weil du das nicht konntest, so weicher. Auf sie, Schneefeder! Schwechling! Und schwechling. Sagt mir, was seht ihr? Seid versichert T-Dray, ihr habt das einzige mögliche getan, ist ein Sterblicher erstmal, dem Einframm für eigener Feind gibt es kein Zurück mehr, nur der Tod bringt dann noch Erlösung. In der Little Retage kurz nennen wir das, Foreshadering. Jesus Christ, äh, gib mir mal Legion. Spür das dem Monster, mal voran ist er, na ne, ich kann ihn spüren. Ihr seht auf dem Gipfel von Anduola nach und ich suche weiter den Wald. Eilt euch, Hidroi, zieht Zeit direkt. Seid tapfer, mein Kind, die Hoffnung stirbt nie. Wenn du mal so, wenn du mal recht behältst. Ich weiß nicht, dass Avatar, oder vielleicht Versich Queen hat den J caregiver oder zum Beispiel oder zum Beispiel Okobstorfer. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir vergeuden Zeit! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Diese Flüchtlinge haben von einem uralten Mondbrunnen gesprochen, der in der Ruin ihrer Heimat verborgen liegt. Vielleicht könnte er ja da dieser Verdaps widerstehen. Ich werde Elun anflehen, mir eine richtungsweisende Version zu schenken. Mit ihrem Licht kann ich meinen Gat vielleicht aber noch finden. Hallo? Mögen euch die Sterne leiten. Warum kralle in Trümmer? Als ob Schalldrasse sich... Danke. Danke. Danke.